Heute bei Hour of Power. Dr. Sheila Schuller-Coleman begrüßt den Entertainer John Tesch, der über sein neues Buch, seine unglaublich beliebte tägliche Radiosendung und die Erziehung einer Teenagerin spricht. Wenn meine Tochter ein Problem hat mit der Art, wie ich sie erziehe, sage ich, yo, yo prima, ich bin dein Dad, dir gefällt meine Erziehung nicht? Echt bad. Das macht sie rasend. Dann singt John ein Loblied auf beständige Liebe und die Ehe. Wovor haben Sie heute Angst? Ich finde es so bezeichnend, dass die Furcht in dieser Geschichte Ihr hässliches Haupt um 3 Uhr morgens erhebt. Was lässt Sie mitten in der Nacht aufwachen? Wenn Sie heute Ermutigung brauchen, haben Sie die richtige Sendung eingeschaltet. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral.